Eeeh, das Boot! Wolfram spielt doch bestimmt der Jäger, oder? Schrotze oder LMG? Äh, Maschinengewehr, was nehme ich? Schrotze, Maschinengewehr... Das ist ne AG-Map, ich nehme mal Schrotze. Ähm... Was war das denn jetzt für ein Update von 30 MB? Das war Uplay. Äh, was war das denn? Ich lauf los und werd drei Metern Zinn nach hinten gezogen? Ja, das ist ein Lack, Kollege. Hier kommt schon die erste Drohne. Machst du platt, Tiger. Boah, die hat mich bespannt beim Inziehen. Also hast du alles ausgezogen und dann die Westen an? Ja, klar. Ich lauf jetzt nur nackig rum. Außer mit der Weste natürlich, die höre ich an. So geiles Stück, du. Ja, ich bin eher so ein Freischwinger. Ja, was soll man denn hier tun? Geht doch schon groß für damit. Geht doch schon groß für damit. Ja. Na, der kommt von hinten. Warte, was ist das hier? Ne, von vorne kommen sie. Ich bin hier noch voll im Aufbau, also ich kann grad nicht. Drohner. Im ersten Stock. Jetzt können sie wahrscheinlich auch von oben durch die Decke kommen oder sowas, hm? Hier nicht. Von hinten durch den Maschinenraum? Das geht. Das glaub ich schon, ja. Hier kommt eine Drohne rein. Holen sie dir, Dirk. Ja, krieg ich nicht. Gönn sie dir. Keine Chance. Die fällt mir davon. Über mir läuft was. Hey, die ganze Zeit Stacheldraht hinter mir, aber... Target in the open kitchen. Setting up. Ist der schon ein Wolfram? Ist hier ne Treppe neben mir, oder worauf hast du geschossen? Hier ist ne Treppe, ja. Ah ja. Die ersten gehen schon. Das war ein Rage-Leaver. Das war der, den Wolfram platt gemacht hat. Wir kommen hier bei... Bei mir auch, Wolfram. Vorsicht. Fuck. Äh... Von wo? Keine Ahnung, ich hab grad einfach nur einen in die Fresse gekriegt hier. Ach, von da. Du bist zum Maschinen-Achter. Da ist so ne Mini-Lücke. Ja, die kommen von hier. Oh Mann. Los, ne? Hab ich. Jey. Jo. Ich war Gegner gesehen. Bam, Baby. Gut, dass ich die Schrotze mitgenommen hab. Schrotze rockt. Ja, aber das war jetzt nicht so gut. Also... Ich erwartete, dass der mit dem ersten Schuss umkippt von der. Ja, dafür war er zu weit weg. Alle Schild oder was? Nee. Team Tuttle? Nee. Na komm mach Montagna, da haben wir alle Schilde beisammen, wenn der Derk noch das Schild beim Fuse nimmt. Nee, das hab ich auch nicht. Komm. Montagna. Ah, IQ. Du spielst doch die auch bei der IQ, oder? Hm? Die ist gut, ne? Ja. Ich mag die. Du musst deinen Drone um eine Bombe zu befinden. Schienen waren? Ich glaub keine. Hat der da Wolfram hier? Gleich mal drei Kinds? Ja. Ich höre einen Gemma. Ja. Ah, gefunden. Unten sind sie. Nee, Mitte. Irgendwie Casino hab ich grad wen. Nee, hier sind sie. Hab sie. Okay. Ja, gut baut. Ein Stockwerk unter dir. Leider bin ich zu nah. Ich war noch zu nah dran. Er hat mich erwischt. Ja, er hätte sich einmal gesprungen. Ja, Tito. Oh, er war noch gefunden. Mhm. Auch wenn ich sie nicht gesehen habe. Aber du hast sie gefunden. Ja, dann. Du musst sie ja nicht sehen, um sie zu finden. Äh. Ja, völlig logisch. Gut, wenn die unten sind, können wir gleich rein, ne? Die hab ich schon zerschossen. Ach so. Alex. Ja, okay. Okay. Ich brauch mal die Wude auf. Lass mich mal vor. Genau. Impf. Wir haben auf dem Flur so ein ganz kleines Loch in der Wand. Und schießen wir durch. Hier läuft schon was über mir. Das bin ich. Okay. Ah. Umnieten. Wir können hier links doch durch. Der guckt mal rein. Äh, 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 äh. Ich wollt sagen. In den Serverraum, aber. Mhm. Scheint wohl keiner drin gewesen zu sein. Nein. Vorraum, ich hab hier hinterher unsere Tür offen. Bist du nur zum Spaß, oder ist da was? Nee, da hat der Typ seine Schießcharter gemacht. Hab ich mir da drüber vorhin gefunden. Ah ja. Da müsste halt ein Schild vorgehen. Weil da jetzt die Wand offen ist. Irgendwas hör ich über uns. Ja, ich auch. Bleib mal stehen. Beweg dich nicht. Ich geh mal gucken, ja. Da ist ein Laser... Ah ne, ist da ein Laserpointer wahrscheinlich. Gib mal Feuerschutz nach links bitte hier rein. Ja, ich guck nach. Moment. Hier drin sieht's gut aus. Jo, da ist einer. Äh, da ist einer! War doch nicht sauber, war Schoss drin. Überhaupt nicht gesehen. Hab ich... C4. Ja. Hier um die Ecke. C4. Was? Hast du mal vor? Ja. Hier auf meiner Leiche in dem Raum. Ja. Ben, Frost ist weg. Ja. Ja. Rechts über dir irgendwas? Ja. Ja. Ja, kommt jetzt die Treppe runter. Ah, hat mir... Ah, scheiße! Schild untergenommen, verdammt! Bin ich blöd. Hoffram spielt auch den A-Cock, die Mutter. Verdammt, verdammt, verdammt. Blöd, blöd, blöd. Ja, genau. Ich gucke beim Falschen. Na egal, hat er. Ich hätte ihn einfach flashen sollen, verdammt. Der hat sich voll auf mich konzentriert. Ja, auch blöd. Ja, trotzdem schön. Hm, zack, zack. Schrott zur Forse Wind. Vor allem das Ärgerliche immer ist ja, ich weiß ja, was ich verkehrt gemacht habe. Ich weiß es ja. Letztens hatte ich eine Situation, stehe ich mit Frost hinter einer Verschränkung, also hinter einer, ähm, Schutz. Guck rüber, zwei Gegner vor mir, einer mit Schild. Was mache ich? Ich schieße drauf, anstatt das scheiß C4 zu werfen. Ich weiß ja, dass ich es habe, aber ich nutze es nicht. Ich mag die Map, ich kann mal die nicht rausnehmen. Okay, hier sind wir. Nein, kann man nicht. Wenn du mich so fragst, nein. Schon erst recht nicht, weil du sie nicht magst. Wir sind wieder genau da, wo wir eben auch waren. Ja, richtig. Ohne? Ich stehe noch eine Drohne rum, brauchen wir die noch? Nee, hau sie weg. Ich lasse mal die Tür hier auf. Hast du noch was zum Verrammeln, Dirk? Äh, ja. Guck mal hier rein. Hier die Ecke da vielleicht, die, ja. Die kommen alle vom Bug, alle vom Bug. Gut, dass ich das Heck verrammelt habe. Da kommen sie alle. Geh. Braucht ihr eine Rückendeckung? Ja, ich komme, ich komme. Ohne? Irgendwo. Die waren mir. Ja. Ohne bei B. Siehst du nicht? Doch. Hab ich. Was wackelt hier denn? Hier wackelt die ganze Zeit was, aber ich höre nichts. Sledge ist vorne beim Eingang. Moment, ich gucke an unserem Com-Compacki XL hinterher. Warte, dass der ungenietet wird. Obwohl, da sind auch meine Sachen. Einer scheint noch irgendwo zu sein. Hab ich. Sehr schön. Auf 5-1 geht doch. Genau den meinte ich. Den hatte ich eben. Aber wie geil. Schön in meine Matte reingerannt. Und der Typ, der ihn verarzt wurde, auch noch mitweggemacht. Sehr schön. Keiner. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020